Ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, die waren super motiviert, haben voll gut mitgemacht und man hat auch gemerkt, dass die auch Spaß hatten und dann hat man selber natürlich auch Spaß. Ich denke schon, dass die jetzt auch irgendwie gesehen haben, dass es nicht einfach nur Behindertensport, sondern halt richtig Leistungssport ist und ich denke schon auch jetzt ein bisschen mehr darauf achten und sich auch mal ein Spiel angucken oder das Fernsehen verfolgen und es vielleicht auch Freunden erzählen und das ist natürlich immer eine coole Sache, wenn es irgendwie bekannter wird und auch so eine Selbstverständlichkeit dafür entsteht. Also ich glaube, das Team Hamburg ist da auch schon auf einem sehr guten Weg und hat uns sehr im Fokus und ich finde es gut, weil es natürlich auch so ein bisschen so integrationsmäßig auch für die Stadt sehr gut ist, dass durch den Sport und durch das Team Hamburg da auch so eine gewisse Selbstverständlichkeit entsteht und es einfach nicht so extra erwähnt wird. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.